Herr Reding, wie verlief für gewöhnlich Ihr Tag in Friedland? Könnten Sie ihn einmal kurz beschreiben? Es begann sehr früh. Die Spätheimkehrer kamen zu verschiedenen Episoden. Dann war man schon früh an der damaligen Zonengrenze und hatte dann diese Gespräche. Die absorbierten einen auch völlig. Also es war so, dass man den ganzen Tag über äußerst beschäftigt war. Und 10.000 Schicksale, die gehen ja nicht ohne weiteres an einem vorüber. Also der Tag war voll ausgenutzt, der Tag war voll benutzt. Ich hatte ihn nötig, jedes Mal. Und von wann bis wann haben Sie in etwa gearbeitet? Ja, immer, wenn ich die Impressionen, die Eindrücke sortiert hatte, also am Gespräch danach, am Abend und in der Nacht. Das war meine Arbeitszeit damals. Konnten Sie überhaupt noch schlafen? Nicht ununterbrochen. Also ich hatte auch meine Mühen, nach den Gesprächen, nach dem, was ich gesehen hatte, auch wieder in einem Schlaf zu finden. Ich habe in der Baracke, in der ich damals lebte, dann auch manche Nacht ohne Schlaf verbracht. Ja, ich habe also darüber geschrieben. Ich merkte, dass Schreiben natürlich auch eine Möglichkeit der Lösung war. Das hatte ich in Amerika auch gelernt. Und ich habe das Schreiben dann empfunden auch als Erlösung im besten Sinne. Dass ich merkte, man bezahlt dafür, innerlich, für das, was man gesehen und erlebt hat. Also die Gleichgültigkeit stellte sich bei mir nicht mehr ein. Hatten Sie unmittelbar die Vorstellung davon, eine Chronik zu schreiben? Oder entwickelte sich das erst im Laufe der Zeit durch Ihre Helfertätigkeit? Das entwickelte sich erst in den ersten Monaten. Ich spürte, dass man das gar nicht in kurzen Artikeln, da kann man versuchen, das zu schildern, aber es gelingt eigentlich doch nicht. Und ich hatte nun eine Furcht, muss ich sagen, wie kann ich das gestalten? Und dann habe ich nachher diese Dreifaltigkeit gefunden. Einmal das Lager Friedland, wie sich das entwickelt hat. Dann die Kriegsgefangenschaft, die sich jetzt aus den Berichten der Spätheimkehrer ergab. Und dann das Wiedereinleben, manchmal gelungen, manchmal nicht gelungen, in das Zivilleben nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da habe ich dann auch doch den Einstieg gefunden, sodass ich heute sagen kann, ich würde es nicht viel anders schreiben, wenn ich jetzt nochmal so rekapitulieren müsste, was damals passiert ist, wie ich das damals gemacht habe. Es ist ein ehrliches Buch, was ich geschrieben habe. Es ist ein ehrliches Buch, was ich geschrieben habe. Untertitelung des ZDF, 2020